Ja, äh, guten Morgen. Richtig, sowieso, ich hab den Text vergessen. Es ist noch früh, oder? Also bei euch in Deutschland ist es jetzt gerade Mitternacht, oder noch nicht mal. Wir müssen so halb zwölf sein, hier ist es halb sieben. Wir machen uns gleich auf den Weg zum Hotel, äh, quatsch, vom Hotel zum, ihr merkt, wir sind noch nicht ganz wach, vom Hotel zum Kongress. Und ihr seht, wir sind nicht die einzigen Deutschen, die so unkristliche Uhrzeit schon wach sind, denn heute wird Willi Auerbach im Wettbewerb auftreten, und zwar als erster, direkt um 8.30 Uhr. Und deswegen sind ganz viele schon früh aufgestanden. Freut ihr euch denn darauf, dass der Willi heute auftritt, oder? Wollt ihr dem Willi noch irgendwas sagen vor dem Auftritt? Toi, toi, toi. Und den wir dann denken, es rappelt im Karton. Ja, das ist kein Zeitraffer, nein. So sieht das aus, wenn in, äh, Bosan beim Zauberkongress die Türen aufgemacht werden und die Leute in den Saal strömen. Der füllt sich jetzt bis zum Rande. Und danach waren wir bei Jochen Stelter. Genau, und zwar erstmal Backstage hier. Jochen mit seinen Bällen, also mit seinen Luftballons. Und, äh, genau, hier am Anfang werden wir Fotos gezeigt. Das hier ist unser Arbeitsplatz von hinten. Und nach der Show haben wir mit Jochen gesprochen. Ja, Jochen, dein Auftritt war gerade. Hat es dir Spaß gemacht? Ja, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Ja, ich meine immer, ich hätte Harpe Kerkeling vor mir, wenn ich Jochen sehe. Okay, Jochen, du hast da noch eine tolle Box auf der Bühne stehen. Wofür war die denn? Die war exklusiv für dieses Video. Das wollte ich quasi für das Video hier in eurer Facebook-Gruppe exklusiv halten. Ähm, denn hier ist das ganze Geld drin, was man gewonnen hätte. Mit 6 aus 49. Da ist es! Ja, super. Nienyo. Das ist Nudelsuppe süß-sauer auf Koreanisch. Auf Japanisch wird es ganz was anderes. Nein, ich mache nur Spaß. Hayashi, das ist keine koreanische Schrift. Das ist chinesische Schrift. Wie geht's dir? Willkommen in Korea. Ja, es geht mir gut. Yes. Ich freue mich. Ja, jetzt sieht man es auch. Du hattest deine Probe eben schon und bist heute im Wettbewerb. Wie geht's dir jetzt gerade, wenige Stunden vor deinem Auftritt? Vier Stunden. Probe lief gut. Der Saal sieht gut aus. Tontechnik, Lichttechnik, alles sieht gut aus. Ich bin eigentlich entspannt. Ich laufe meine zehn Minuten und genieße es. Perfekt. Und die Zeit bis dahin, hast du bestimmte Rituale, die gleich anfangen werden? So Countdown mäßig, die du machst vor deiner Show, um in den richtigen Fluss zu kommen? Ja, ja, ja. Hast du dir was davon verraten? Damit ich andere Leute nicht Angst machen, ich gehe in ein kleines Action, ich mache ein paar Liegestütze, damit das Blut fließt, so Handstand, dass alles im Gehirn kommt. Und ein bisschen so Kampfschrei. Oh, ja, 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 das ist richtig, ich richtig so, ja, 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 ja. Und dann bist du in der richtigen Stimmung für den Auftritt? Bin eigentlich, ich bin, das bin ich eigentlich schon jetzt. Aber, dass ich mehr so aufgetreten bin, ja. Einige Kollegen sagten, wenn man vor allem westliches Publikum kennt, dann ist es halt was anderes, hier im asiatischen Raum zu arbeiten. Wie ist es für dich hier zu performen? Hast du den Eindruck, du hast einen guten Draht zu den Kollegen und vielleicht auch dann zu den Zuschauern, weil deine Nummer ja dann doch auch diesen asiatischen Touch hat? Ich glaube, das ist weder Nachteil noch Vorteil. Ich bin einfach neutral. Ich glaube, ich bin für alle Koreaner, Chinesen, Japaner hier der Kanadier-Amerikaner aus Deutschland. Irgendwie, ja. Also du bist alles und nichts richtig. Genau. Tja, aber für die Zuschauer war dann doch alles genau richtig. Und zwar vor allem hier der zaubernde Karatika, der auch kämpfen kann, wie man hier sieht. Ja, mit seiner Performance hat er natürlich das Publikum sofort auf seiner Seite gehabt. Und es gab hinterher eine Standing Ovations, die eine ganze Weile angehalten hat. Also das Publikum war echt aus dem Häuschen. Absolut. Und die Anspannung von drei Jahren Vorbereitungszeit fällt genau jetzt von Hayashi ab. Kann man richtig sehen. Wenn das mit meinem Gewicht gehen würde. Und noch jemand war heute im Wettbewerb. Alfonso Rituerto. Ich war seit langem nicht so aufgeregt. Es lief gut. Aber gleichzeitig war ich nicht so wirklich dabei. Also du hast kein gutes Gefühl danach gehabt? Nee, ich war wirklich, ich musste ein bisschen allein sein. Ich habe versucht, andere Ecke zu sehen. Und das war mir nicht so wirklich möglich. Ich hatte so einen Kopf wie diese Gedanken oder Bilder, die in meinem Kopf plötzlich aufgetaucht sehen von Sachen, die ich nicht gemocht habe. Wenn du den Wettbewerb mal vergleichst mit Deutschland und FISM, geht man in Deutschland anders an eine Zaubernummer ran? Ja, genau. Also wie ich jetzt gerade mit ihnen am Sprechen war, zum Beispiel, es war mir sehr wichtig, dass Close-Up Close-Up ist im Sinne von, ich darf auch diese Nummer mit Zuschauern daneben zeigen. Und bei den anderen Nummern war es nicht so. Und ich kam mit meiner Magie aus Spanien, Deutschland, Europa hierher und ich wollte diese zeigen, nicht die andere. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Entscheidung, aber es war schwierig, weil natürlich, du hörst bei den anderen diese Und manchmal kriegst du das auch, aber nicht so oft. Und es ist wie, habe ich mich geirrt? Oder sind wir einfach anders? Ja, sonst, keine Ahnung, ich habe nichts zu meckern, tatsächlich. Ja, Mrs. Elastic war auch auf dem Tauberkongress. Ich weiß zwar nicht, was die da gesucht hat. Hier finden die Close-Up-Wettbewerbe statt in diesem Raum. Und wir nehmen euch jetzt einfach mal mit auf den Weg, den wir hier täglich so 35 Mal gehen gefühlt. Und der uns durch drei Klimazonen führt. Hier ist so die gemäßigte Zone, hier ist ganz angenehm. Es ist weder zu heiß noch zu kalt. Jetzt kommt hier nach draußen. Und jetzt kriegt man so den ersten Schlag an den Kopf. Man meint so ein bisschen, man hätte vergessen, sich nach dem Duschen abzutrocknen. Es sind gefühlte 35 Grad, es sind eigentlich sogar faktische 35 Grad, gefühlt noch mal ein bisschen mehr. Und vor allem irgendwie, keine Ahnung, über 90 Prozent Befeuchtigkeit. Also es ist schon knackewarm und gut hell. Aber man sollte sich an die Hitze gar nicht zu sehr gewöhnen. Ganz im Gegenteil, wir genießen die eigentlich und versuchen so ein bisschen davon mitzunehmen. Denn gleich kommen wir hier aus der tropischen in die arktische Zone, sobald wir gleich hier wieder reingehen. Wir laufen mal ein bisschen vorwärts, damit ihr das seht. Also so sieht das hier aus, das zweite Gebäude. In dem Gebäude, aus dem wir gerade kommen, da ist neben dem Close-Up-Wettbewerb auch der Seminarraum. Und da ist die Händlermesse und so weiter und so fort. Und wir gehen jetzt hier also an einem Kaffee vorbei, wo es... Wir sind noch nicht drinnen und hier ist schon kalt. Ja, genau, die kühlen schon bis draußen. An diesem Kaffee kriegt man für das Geld, wofür man hier sonst auch ein schönes Mittagessen bekommt. Fast schon einen kleinen Kaffee. Ist aber ganz lecker, muss man ja sagen. So, und hier durch diese hohle Gasse müssen wir dann hinter die Bühne. Ist immer sehr streng bewacht von unsichtbaren Wächtern. Das war aber auch lustig, wir mussten auch mal hinter die Bühne wahrscheinlich eskortieren die gerade jemanden. Und wenn die jemanden haben, der eigentlich nicht hinter die Bühne darf, eskortieren die den immer zu zweit. Und dann passt da keiner mehr auf. Also wenn ihr mal hinter der Bühne was braucht, schickt einen vor, der die Wächter ablenkt. Das ist hier ganz einfach. So, jetzt wird mit dem Aufzug gefahren. Das ist immer so der Magic Moment für alle Wettbewerbsteilnehmer, die kurz vor der Probe nochmal mit dem Aufzug fahren müssen. Denn dort, wo keine Wächter waren, ist auch die Garderobe. Es gibt eine Garderobe für alle Wettbewerbsteilnehmer gemeinsam. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut, habe ich so den Eindruck. So, und jetzt kommen wir in den zweiten Stock. Und in den Vorbereitungsbereich, in dem alle Wettbewerbsteilnehmer aufbauen und dann zum Zeitpunkt ihrer Probe in den Saal gerufen werden. Den habt ihr schon ein paar Mal gesehen. Hier haben wir mit den meisten Künstlern gesprochen, vor oder nach ihren Auftritten. Und hier präparieren sich also die Künstler aus aller Welt und werden hier noch für den Auftritt schön gemacht, hier im Hintergrund. Das zeigen wir aus Diskretionsgründen, weil nicht allzu deutlich. Aber hier gibt es also für jeden Teilnehmer einen Tisch, markiert mit der entsprechenden Startnummer. Und dann gibt es die Helfer, die die Teilnehmer zum richtigen Zeitpunkt auf die Bühne bringen. Und da gehen wir jetzt hin und da müssen wir leise sein. So, und jetzt sind wir hier, Backstage. Und ja, das ist der Weg. Hier ist die Bühne. Hier sitzt die Regie, also das internationale Regie-Team. Und da draußen dann das Publikum. Noch eine kleine Feinheit. Wir haben hier gefühlte 16, 17, 18 Grad maximal, also echt kalt hier. Das Gute ist aber, die Dame, die für den Vorhang zuständig ist, die hat hier eine Heizung stehen. Man soll es nicht glauben. Hier hat ein Riesengebläse dort und dort wird geheizt. Der ganze Raum ist runter temperiert und da wird er aufgewärmt. Naja, wer hat, der hat. Ja, und zwischendurch hat Stefan dann angepackt. Das ist der Aufbau der Nummer von Patrick Lehnen. Der hat von uns so eine Art Kindersitz bekommen, wo alle Stühle hier so koreanische Höhe haben und dementsprechend doch ziemlich niedrig sind. Und den Meister selber haben wir bei der Arbeit nicht gefilmt. Aber dieses Foto konnten wir von einem Paparazzi vor Ort erhaschen. Präpariert hier also seinen Tisch. Und danach haben wir mit den Zaubertricks angesprochen. Die haben mit uns eine Podcast-Folge vom Trickverrat aufgenommen und dabei auch aus dem Nähkästchen geplaudert und von ihren Erfahrungen mit uns als Regie-Team aus Rimini. Ich hatte das, wenn ich mich daran erinnere, aus zweierlei Hinsicht beeindruckt und ist mir in Erinnerung geblieben. Weil einerseits waren da Gesichter, die ich von zu Hause kannte. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil, wenn du da nicht nur deinen, ich sag mal jetzt in dem Fall die Leute, die mit auf der Bühne stehen, siehst als bekannte Gesichter, sondern auch Leute, die Backstage sich auskennen. Das gibt es demnächst als Podcast zum Hören und natürlich auch zum Sehen als extra Special Video. Das müssen wir euch noch kurz erzählen. Ab und zu, wie jetzt beim Schnitt, kommt es hier mal vor, dass plötzlich alle gleichzeitig zu ihrem Handy greifen. Also dass die Leute ständig ihr Handy in der Hand haben, ist hier nicht ungewöhnlich. Aber dass sie das alle gleichzeitig tun, weil diese Handys ziemlich laut piepsen plötzlich, das ist schon was Besonderes. Und beim ersten Mal ist man dann etwas irritiert, wenn man auf sein Handy-Display guckt. Wenn man da nämlich sieht, dass es einen offenbar ziemlich dringenden Notfallhinweis gibt, den jeder hier bekommt. Man aber den Inhalt dieses Notfallhinweises überhaupt nicht verstehen kann, weil er komplett nur auf Koreanisch hier aufgeschrieben ist. In diesem speziellen Fall drohte uns allerdings keine unmittelbare Gefahr, denn es gab wohl offenbar einen kleinen Erdrutsch, ein sogenanntes Sinkhole. Das passiert ja wohl öfter mal, dass die Erde einfach sich auftut. Allerdings auf der Straße nach Seoul. Also für uns nicht direkt eine Gefahr. Aber trotzdem beim ersten Mal, wenn man mitbekommt, dass alle Handys plötzlich ganz laut so einen Sirenenton wiedergeben und alle diesen Notfallhinweis anzeigen und alle wie wild durcheinander reden, kriegt man schon kurz so ein bisschen Gedanken. Aber, also in dem Fall, alles gut. Aber für euch vielleicht auch eine interessante Info, was einem hier sonst so begegnet. Wollen wir uns irgendwas zurechtlegen und überlegen, was wir sagen oder machen wir es wie immer? Wie eigentlich wie immer, oder? Sonst klingt es doch gekünstelt. Okay, dann wie immer. Lächeln? Lächeln. Kling, kling. Guten Abend hier aus Busan. Ja, die meisten Wettbewerbe für heute sind fertig. Wir haben jetzt quasi Feierabend. Jetzt gerade fängt die Abendgala an. Die schenken wir uns, weil wir... Wir haben ja Feierabend. Wir haben ja Feierabend. Wir müssen leider diesen Film noch fertig machen und wollten heute mal ein bisschen vor zwei Uhr ins Bett. Für euch die gute Nachricht wahrscheinlich, wenn alles gut klappt, ist das Video auch viel früher online als sonst. Ihr seid also vielleicht schon überrascht, dass ihr uns jetzt schon seht. Ja. Wir schauen gerade, was wir heute Abend essen. Wir sind mal wieder bei den Food Trucks, die hier extra für uns aufgestellt wurden. Genau, die haben wir einmal ganz kurz gezeigt, aber wir haben noch gar nicht viel davon erzählt. Also hier haben wir schon zweimal gegessen. Das ist ganz lecker. Da gibt es so was scharfes mit Soße und Reis. Hähnchenfleisch entweder mit Nudeln oder mit Reis. Es ist immer ein bisschen spicy und man kann es immer noch ein bisschen schärfer und hotter haben. Man muss es nur sagen. Also weniger spicy geht leider nicht, aber es geht mehr. Es geht immer mehr. So als Faustregel. Spicy heißt, ist für uns gerade noch essbar. Hot heißt direkte Krankenhauseinweisung, Magendurchbruch wahrscheinlich oder so. Also guck mal, da sieht man so ein bisschen, das Fleisch wird hier auch, die meinen das Ernst, die garen hier direkt mit dem Gasbrenner. Ja. Kennen die gar nichts. Nee. Jetzt auch mit richtiger Flamme für die Kamera. Sie sind alle sehr kameraaffin hier, ne? Ja. Kann ich nichts sagen. Also schimpft keiner, wenn man sehr heimlich filmt. Nein. Nein. Sehr lecker, auch hier gegrillt, frisch gegrilltes Fleisch. Ja. Also man wird hier sehr gut satt. Es gibt immer leckere Soßen dabei. Es sieht meistens schlimmer aus, als es schmeckt. Und genau nach unserer nachgezeichneten, aufgezeichneten Ansage von gestern, schrieb jemand nett in die Kommentare, ich sollte auf dich aufpassen, dass da auch was ist. Nicht, dass du ein Sixpack bekommst. Aber Stefan arbeitet hier nach dem Motto, was will ich einem Sixpack, wenn ich mir ein Fässchen leisten kann. Ja. Und als Schluss haben wir nochmal die Bank. Und zwar, es gibt hier eine Bank to go. Das ist dieser Wagen, der ist jetzt leider geschlossen. Aber hier kann man tagsüber Geld abheben, vielleicht auch Geld einzahlen, wenn man nichts auf der Händlermesse findet. Ja, und das einzig eigentlich lustige ist, wir zeigen euch den morgen nochmal, wenn die nämlich aufhaben, dann ist da so ein riesengroßer Screen und da läuft Musik. Und ich habe erst gedacht, das wäre irgendwie hier so Stadtmarketing oder so und die machen da richtig Party. Es ist aber eine Bank, da kann man Geld wechseln und abheben. Also ist hier alles ein bisschen anders. Ja, wir wünschen euch noch viel Spaß beim Schauen. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische hoffentlich. Bis dahin, ich wünsche euch noch einen schönen Abend nach Deutschland. Hier ist es immer noch flauschig warm. Also ihr wollt uns gut, dass es kein Video gibt, wo man riechen kann. Ja, und wenn das Video heute richtig heiß ist, dann liegt es daran, dass wir es hier jetzt schneiden werden. Also ja, lasst euch überraschen. Nein, Quatsch, wir sind ja schon am Ende. Ihr habt euch hoffentlich überraschen lassen. Wir kennen das Video noch gar nicht. Ihr an dieser Stelle ja jetzt schon. Seht ihr mal, habt ihr uns was voraus. Magie. Ja. Tschüss. Bis morgen. Achso, abonnieren nicht vergessen und Fragen für Samstag aufschreiben. Wir machen das mit der Live-Chate, wenn wir Fragen haben. Bis dann. Tschüss. 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 Ja.